Okay, fantastisch. Also ich wollte ja heute beim heutigen Arbeitskreistreffen ein bisschen was, einen kleinen Input geben und ein bisschen was zu erzählen zu aktivierenden Lehr- und Lernmethoden in den Grundlagen der Elektrotechnik. Wie schon erzählt, ich bin Matthias Magdowski, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Otto-Vangierigen Universität in Magdeburg und ja, wird eine kleine Motivation natürlich geben, warum es aus meiner Sicht eine schlaue Idee ist, Studierende zu aktivieren in Lehrveranstaltungen. Dann ja, ein paar Tools einfach zeigen, mit denen das geht. Dann vielleicht ja so ein bisschen auswerten, was geht daran gut, was könnte man vielleicht noch besser machen, was sind so Chancen und Risiken, wie man das immer so nennt. Dann habe ich noch so ein paar andere Ideen. Da ist auch die im Vorfeld schon angesprochenen personalisierten Aufgaben zum Beispiel stecken da drin, über denen ich diesen MATLAB-Expo-Vortrag hatte. Und am Ende so ein paar Meinungen der Studierenden, die sich aber hauptsächlich auf so diesen ersten Teil hier beziehen, in denen die ganzen Quizze und Ordnungs-Response-Sachen drin sind. Also warum das Ganze? Naja, also eine Lehrveranstaltung aus meiner Sicht ist dann gut und dann lernförderlich, wenn auch die Studierenden möglichst aktiv dabei sind. Ich würde ja immer behaupten, als Lehrperson muss man auch immer jedes Mal ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommen und eine gute Lehrveranstaltung ist bestimmt auch die, wo man als Lehrperson doch nebenbei was lernt. Aber natürlich sollten in erster Hinsicht mal die Studierenden etwas lernen. Und ja, also man muss sie zum Mitdenken, Nachdenken, Hinterfragen von Sachen anregen und so ein bisschen eben aus so einer Konsumhaltung, also wo man so zurückgelehnt lässt sich da sitzt und sich so ein bisschen berieseln lässt, rauslocken in so eine Lean-Forward-Haltung, wo man aktiv darüber nachdenkt. So, jetzt die Frage, wie kann man das schaffen? Ja, und also die erste und einfachste und mit Sicherheit simpelste Sache ist, man baut in seine normale, ansonsten vielleicht einigermaßen frontale Lehrveranstaltung, also known as Vorlesung, Quizze ein. Da gibt es tausend ein Online-Tool, mit dem man das machen kann. Wir haben früher ein eigen von unserer Uni programmiertes dafür genommen, das eigentlich für so Live-Evaluationen gedacht war und nicht unbedingt für Quizze. Das funktioniert ja auch für Quizze ganz toll. Und dann ist so die nächste Challenge. Man braucht natürlich dafür Fragen. Ja, und ich bin immer besonders gut darin, mir Fragen auszudenken. Oder eigentlich ist auch nicht die Schwierigkeit, sich Fragen auszudenken, sondern ist immer, wenn man so Multiple-Choice macht, sich gute Distraktoren, wohlklingende Distraktoren auszudenken. Also Antwortmöglichkeiten, die irgendwie richtig klingen, trotzdem falsch sind und die vielleicht so typische Fehlverständnisse, Misskonzepte von Studierenden abbilden. Das hier ist übrigens eine Frage aus einem tollen Buch. Titel fällt mir jetzt hier gerade nicht ein, aber kann ich mal im Nachgang verlinken. Also ich bin immer gut, mir darin Fragen auszudenken, wenn ich einfach Prüfungen von Studierenden, Klausuren von Studierenden kontrolliere, weil dann sieht man ja die typischen Fehlantworten und Falschkonzepte. So, dann kann man das einfach so wunderbar in Lehrveranstaltungen einstreuen. Was man auch machen kann, wenn man schon mal so Fragen hat, ist eine Idee von Erik Masur, die nennt sich Peer Instruction. Also man fragt so eine Quizfrage und dann löst man die aber nicht direkt auf, sondern man bittet die Studierenden, sich mal so gegenseitig von ihren jeweiligen Antwortmöglichkeiten zu überzeugen. Also das lohnt sich insbesondere dann, wenn, sagen wir mal, man weiß ja selbst als Lehrperson, welche die richtige Antwortmöglichkeit ist, wenn die vielleicht so bei 50 Prozent liegt. Also wenn fast alle die richtige Antwortmöglichkeit gewählt haben, okay, dann macht man einfach weiter, braucht man gar nichts zu erklären. Wenn irgendwie bei vier Antwortmöglichkeiten alle mit 25 Prozent abgestimmt haben, naja, dann ist vermutlich auch hoffentlich mal verloren, dann erklärt man es lieber selber einmal richtig. Aber wenn schon so ein bisschen mehr als ein Drittel oder vielleicht so die Hälfte ungefähr die richtige Antwortmöglichkeit hat, ausgewählt hat, dann kann man seine Studis ganz wunderbar dazu bitten, im großen Hörsaal mal mit der Person links und mit der Person rechts für ein, zwei Minuten eine kleine Murmelgruppe zu bilden und sich jeweils gegenseitig davon zu überzeugen, was man denn denkt, was die richtige Antwortmöglichkeit ist und warum man denkt, dass die im Idealfall andere Antwortmöglichkeit, die die andere Person gegeben hat, warum die falsch ist. Und dann hat man eben so einen großen Hörsaal auch mit ein paar hundert Leuten perfekt für ein paar Minuten aktiviert, alle murmeln da so rum und dann lässt man weiterhin, ohne die richtige Antwortmöglichkeit aufzulösen, die Studierenden einfach nochmal abstimmen. Und meistens kommt dann raus, dass danach viel mehr Leute die richtige Antwortmöglichkeit wählen. Und da kann man eben sehr schön zeigen, naja, guck mal, das ist gar nicht so wichtig, dass hier vorne einer steht und euch irgendwas erklärt. Ihr könnt euch das im Zweifel auch ganz gut gegenseitig erklären, denn ihr müsst nur mal drüber nachdenken, über diese Sachverhalte. Aus meiner Sicht irgendwie ziemlich schöne Methode. Dann kann man das Ganze auch ein bisschen gamifizierter machen. Gibt es schöne Plattformen dafür, wie zum Beispiel Kahoot. Wenn wir jetzt ein paar mehr Leute wären, würde ich sagen, könnten wir selber ein kleines Spiel spielen mit ein paar Fragen. Aber Idee ist auch, es gibt Quizze, es gibt immer vier Antwortmöglichkeiten oder auch Ja-Nein-Fragen. Und wenn man die richtige Antwortmöglichkeit wählt in diesem Spiel, kriegt man Punkte. Wenn man schneller die richtige Antwortmöglichkeit wählt, kriegt man mehr Punkte. Wenn man die falsche wählt, kriegt man natürlich keine Punkte. Und es gibt dann so ein schönes Liga-Board und ist so ein bisschen eben so gamifiziert. Ein bisschen bunt, schöne Musik. Das kann man aber sehr nett machen. Steht und fällt aber trotzdem natürlich irgendwie mit den Fragen, die man da inhaltlich reinbaut. Die sollten schon ziemlich cool zur Lehrveranstaltung passen. Was ich damit in der Corona-Zeit tatsächlich viel gemacht habe, ist, ich habe versucht, Lehrveranstaltungen so zu bauen, dass ich im Prinzip fast gar nichts frontal erkläre, sondern ich habe letztendlich die ganze Lehrveranstaltung ein Quiz gemacht und habe immer geguckt, wie viele Leute das richtig hatten. Und wenn das fast alle richtig hatten, dann bin ich einfach zum nächsten Thema gegangen. Und wenn das irgendwie viele falsch hatten, dann habe ich das intensiver erklärt. Also ich habe versucht, immer über so ein Quiz rauszubekommen, was lohnt es sich zu erklären, wo gibt es irgendwie viel Erklärungsbedarf. Das hat, denke ich, auch relativ gut funktioniert. Dann gibt es so Plattformen wie zum Beispiel Padlet, wo man so Online-Pinwände machen kann. Da habe ich jetzt so außer für so meinetwegen eine virtuelle Vorstellungsrunde oder Materialsammlung noch nicht so eine tolle Idee für gefunden in Lehrveranstaltungen. Was wir mal immer machen, ist mit Studierenden so ein munteres Klausuraufgaben, Brainstorming. Also Studierende setzen sich so zum Ende der Lehrveranstaltung hin in kleinen Gruppen und diskutieren, was könnte irgendwie eine gute, schöne Prüfungsaufgabe sein und entwickeln die passende Musterlösung dazu. Und dann nutzen wir immer so eine Online-Pinwand, um da die Ideen der Studierenden zu sammeln und die dann gemeinsam im Anschluss im Plenum zu diskutieren. Dafür sind so Online-Pinwände super. Gibt es auch ein bisschen datenschutzkonformer und datensparsamer von einem deutschen Anbieter, nennt sich TaskRards, findet man unter dieser Domäne. So, dann, das können wir bestimmt gleich mal ausprobieren, gibt es ein sehr schönes Werkzeug, das mal der Jürgen Loves-Schach von der FH Bielefeld entwickelt hat. Da gibt es auch ein kurzes Video zu, von einem Konferenzvortrag, in dem das erklärt ist. Audience Response durch Zeichnen statt Klickern. Und ich würde die Frage ans Ende verschieben, wenn das okay ist, Alex. Fantastisch. Ja, und also die Idee ist, man lässt, man gibt eine Aufgabe vor oder man gibt sozusagen so eine halbe Skizze vor, ein Diagramm vor und lässt die Studierenden dann, die können die in einer Diode dort einzeichnen. Oder man gibt ein Schaltbild vor und sagt, markiert mal in dem Schaltbild die in Reihe geschalteten Widerstände oder die parallel geschalteten Widerstände. Oder man gibt eine Formel vor und sagt, malt mal das zu dieser Formel passende Schaltbild. Und als einfache Aufgabe, nur um das mal auszuprobieren, wir machen das jetzt nicht über das Tool von Jürgen Loves-Schach, sondern über Zoom. Ihr solltet oben irgendwo sehen, ihr seht die Bildschirmfreigabe von Matthias Magdowski, da soll es einen grünen Button geben, der irgendwie Optionen heißt. Und wenn man auf dieses Optionen klickt, sollte es sowas geben, was da sagt, man kann auf meinen Bildschirm zeichnen oder kommentieren, heißt es, glaube ich. Und dann solltet ihr eigentlich auf meinen Bildschirm malen können. Und die Frage ist, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, vielleicht funktioniert es aber nicht. Also das kann man sowohl als auch machen. Ich meine, ich würde das, ob die Frage ist, ist das eher Seminar oder Vorlesung? Also die Sachen, die ich jetzt hier zeige, würde ich sagen, ist eher was, wenn man ein größeres Publikum hat, wenn man eher einen größeren teilnehmenden Kreis hat. Aber offensichtlich funktioniert es mit dem Zeichnen nicht, richtig? Weil ihr nicht den Optionen-Button seht? Vielleicht bietet das die Zoom-Lizenz, die wir gerade benutzen, nicht an. Aber ich habe jetzt, ja, okay, daran könnte das eventuell vielleicht liegen. Aber ich meine, also ihr könnt euch das vorstellen, wir könnten jetzt alle irgendwie so ein Fahrrad zeichnen, das sähe dann im Idealfall vielleicht so aus. Und also das Schöne bei dieser Methode ist, wenn man jetzt zum Beispiel eben sagt, hier ist ein leeres Diagramm mit einer Spannungs- und Stromachse. Und man bittet alle Leute da mal, die Kennlinien einer Diode zum Beispiel einzuzeichnen. In Zoom funktioniert es nicht so gut, aber in dem Jan-Lowes-Schach-Tool funktioniert es eben, dass die Studis erstmal alle für sich zeichnen. Man nicht sieht, man dann alle Lösungen zum Beispiel auf einmal einblenden kann oder nur eine Lösung nach der anderen. Und da sind richtige und falsche Lösungen dabei. Das Schöne ist, man muss sich eben die falschen Lösungen nicht ausdenken. Die liefern die Studien ganz automatisch. Und man kann dann eben dabei wieder ganz wunderbar so die Fehlverständnisse, die Misskonzepte diskutieren. Zum Beispiel so eine typische Sache bei Diodenkennlinien malen, jemand verwechselt eben Strom und Spannung. Also dann sind die Achsen einfach so vertauscht, wenn man so will. Und dann passieren manchmal magisch, geradezu magische Dinge in der Vorlesung, dass man so vorne steht und dann erklärt, oh ja hier, das ist schon richtig gedacht, aber irgendwie dann doch nicht so richtig. Und dann erkennt eben jemand, oh das ist meine Skizze und jetzt verstehe ich auch gerade meinen Denkfehler, den ich gemacht habe dabei. Und radiert dann diese Skizze weg und während man so vorne steht und das erklärt, warum das jetzt falsch ist und wie es vielleicht richtiger aussehen müsste, malt dann jemand eben die Skizze richtig. So wie von Geisterhand erscheint die dann hinter einem auf der Projektionswand. Das ist tatsächlich ziemlich toll an diesem Tool. Das haben wir auch in der Corona-Zeit viel genutzt. Und das ist auch was, was ich so tatsächlich an Zoom vermisse, dass da alle gemeinsam auf diesem Bildschirm zeichnen können. Das funktioniert in der Präsenzlehre tatsächlich irgendwie nicht so toll. Meine Analogie ist immer, alle hätten irgendwie so ganz lange Holzstöcke mit einem Stückchen Kreide dran und könnten dann von ihrem Platz auf gemeinsam auf die normale Kreidetafel malen. So, dann bezogen auf diese Quizze, habe ich auch die Quizze mal alle irgendwann in unsere Moodle reingepackt, habe festgestellt, da guckt die aber sich kein Mensch an. Also es sei denn, man zwingt die Leute dazu, aber da gucken höchstens andere Lehrpersonen rein, die irgendwie mal gucken wollen, wie so ein Quiz im Moodle aussieht. Und dann habe ich mir mal auch in der Corona-Zeit überlegt, äh, Quizze gehen auch bei Instagram. Also kann man in so eine Story-Slide, kann man so Quizze und Umfragen reinbauen. Mittlerweile gehen tatsächlich Quizze, die einem dann anzeigen im Sinne von, das war die richtige Antwort, geht nicht mehr. Aber praktisch Umfragen kann man immer noch machen, die irgendwie eine ähnliche Funktionalität bieten. Und dann habe ich immer jeden Tag, ähm, mache ich immer noch, also vielleicht jetzt nicht mehr jeden Tag, aber so jeden zweiten, ähm, packe ich so ein Quiz bei Instagram rein, relativ einfache Frage, ähm, und auf einer weiteren Slide wird dann die Antwort erklärt. Und das hat, ähm, also auf jeden Fall gucken da viel, viel, viel mehr Leute rein, als wenn diese Quizze Moodle drin sind, einfach weil das auf der Plattform stattfindet, auf der die Studierenden sowieso unterwegs sind. Dann ist das hier ein Tool, was ich auch in, ja, großen Lehrveranstaltungen, ich würde mal sagen, das lohnt sich auch erst so ab 50 Leuten nutze, damit die Studis anonym Fragen stellen können. Ähm, nennt sich einfach FragJetzt, kann man auf diese Webseite gehen, kann praktisch Räume anlegen, kann die mit seinen Leuten teilen über so einen Raumcode und dann können alle da drauf gehen und können Fragen stellen zum Stoff der Lehrveranstaltung. Das geht synchron, das geht im Prinzip auch asynchron und, äh, das geht anonym, das ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Man sieht auch die Fragen der anderen Studierenden, man kann die auch hoch und runter voten und kann eben sagen, oh, das ist eine tolle Frage, die, ähm, die hätte ich irgendwie auch so in der Art gehabt, ne, ne, der gebe ich jetzt mal irgendwie mehr Punkte und dann kann man eben immer mal zwischendrin oder zum Ende der Lehrveranstaltung, wann irgendwie Zeit ist, äh, da drauf schauen und eben Fragen beantworten. Studierende können sich zumindest in diesem Tool auch Fragen gegenseitig beantworten. Ähm, man kann auch Chat-GPT die Fragen beantworten lassen, davon würde ich Ihnen nochmal verabraten. Ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr toll, um so Fragen zu sammeln, ja, und Leuten die Möglichkeit zu geben, auch in einem Präsenz-Synchron-Setting anonymen Fragen zu stellen. Ähm, okay, so, ähm, ja, was ich auch gern nutze, sind so kollaborative Dokumente, ähm, kann man über ein Etherpad machen, kann man auch über zum Beispiel unsere Nextcloud machen und ich meine, hier würde ich jetzt mal tatsächlich den Link in den Chat tun, ähm, ähm, und gleich mal auf diese Seite gehen, äh, beziehungsweise die habe ich mir ja schon im Browser aufgemacht. Und, ähm, eigentlich solltet ihr da auch problemlos reinschreiben können. Genau, also jedenfalls ich kann das, wenn ich hier mit dem Link bin und ihr solltet ja einfach als Gast zum Beispiel auftauchen und jetzt eben sagen können, welches Tool kanntest du schon, welche Tools waren neu für mich, äh, und welche Tools kannst du eventuell noch anderen Personen empfehlen. So, und da, ähm, also kommt zum Beispiel schon mal sowas Miro und Padlet eben auch. Ähm, zu Miro habe ich auch eine eigene, persönliche, spezielle Meinung. Also ich finde Miro immer wahnsinnig kompliziert, ähm, und, und irgendwie zu, zu, zu überbordend für Studierende, um damit irgendwie ernsthaft was zu machen. Ähm, zumindest, also wenn man vor einem Rechner sitzt mit mehreren Bildschirmen, dann kann man neben der Videokonferenz immer Miro noch ganz gut nutzen, aber wenn Studierende eben auf einem, ähm, mit einem digitalen Endgerät nur ausgestattet mit einem kleinen Bildschirm irgendwie versuchen wollen, ähm, das zu nutzen, dann ist das doch immer irgendwie relativ schwierig, das zu tun. Also, so, das, äh, Audience Response System, das Grafische von Jörn Lovis Schacht, das wird ja auf jeden Fall mehrfach erwähnt. Und, ähm, ähm, welche Tools kannst du noch empfehlen? Moodle, okay, ja, warum nicht? Also ich meine, Moodle ist natürlich eher was, was so für asynchrone Sachen da ist. Fantastisch, vielen Dank. Also andere Werkzeuge immer noch aufgelistet, äh, H5P ist so ein Tool, mit dem man auch ganz viele irgendeine Sachen machen kann, integriert auch in Moodle, ist eher für so asynchrone Sachen, ähm, man darf aber auch hier den Zeitaufwand nicht unterschätzen, da was reinzutun. So, wenn man Audience Response mit Leuten machen möchte, aber die, die haben keine Endgeräte oder die sollen vielleicht aus irgendeinem Grund keine digitalen Endgeräte haben, dann ist dieses Plickers eine ganz nette Sache, ähm, da druckt man so einen Klassensatz von solchen Kacheln aus, sie sehen so ein bisschen so aus wie so ganz einfache QR-Codes und da steht ganz klein an der Seite dran A, B, C und D und dann können die Leute diese Kacheln hochladen mit der Seite, die sie denken, dass die richtige Antwort ist und das ist praktisch für die Teilnehmenden quasi anonym, weil das da so klein drauf gedruckt ist, dass kein anderer das erkennen konnte, sollte, welche Seite man jetzt hochhält und dann kann man von vorne mit der entsprechenden App ein Foto machen von den Leuten, die App erkennt die hochgehaltenen Kacheln, ähm, und zeigt dann an, wie viele Leute eben A, B, C, D gewählt haben. Ähm, funktioniert so bis 20, 30 Leuten ziemlich gut, ist jetzt nichts, was man für einen riesengroßen Hörsaal nutzen kann, aber für so einen Seminarraum passt das ganz gut. Pingo ist noch ein deutsches Tool, Peer Instruction for Very Large Groups, ähm, was auch ganz nett ist und dieses Quiz Academy ist eine Firma, ein Startup aus Potsdam, was, äh, ja sowas wie Kahoot bastelt, vielleicht auch ein bisschen datensparsamer und schöner, ähm, aber ähnlich gamifiziert ist. So, und eben von diesem Miro Mural Concept Board Flinger würde ich tatsächlich in den meisten Fällen abraten, weil, äh, ja, man hat da diese Post-its und irgendwer bringt das immer durcheinander, man sieht da die ganze Zeit Cursor wie wild durch die Gegend flitzen, ähm, es, es, also ich glaube, es lenkt immer mehr ab von den eigentlichen Ideen, die man umsetzen will und in den meisten Fällen will man da dann eben doch einfach nur Text, also, oder, oder sozusagen Stichpunkte sammeln und dann bin ich der Meinung, kann man Stichpunkte eben viel schöner, ja, einfach in so einem Dokument wie hier sammeln, ja, das ist dann, ähm, oh, hier schreibt gerade noch jemand im Hintergrund, das ist sehr gut, ja. So, und Feedback, äh, was hier gerade angesprochen wird, ist eben sowas ähnliches wie dieses Frag Jetzt und Mentimeter ist auch eines der vielen Audience Response Tools, ähm, die man so nutzen kann. Ähm, ich kann im Moment noch Participy sehr empfehlen, weil das schön einfach Datenimport und Export erlaubt, auch sehr datensparsam ist. Okay. So, was ist, äh, schon gut, was geht noch besser? Also, natürlich brauchen die Leute irgendwie alle digitale Endgeräte, die haben die aber mittlerweile so oder so, ähm, und ständig und immer und die ganze Zeit, das ist im Prinzip kein Problem. Ähm, dann könnte man, also dann gab es früher immer so Bedenken, oh, Matthias, wenn du jetzt hier so Quizze machst mit den Leuten und die sollen ihr Handy rausholen, sind die da nicht die ganze Zeit auf den sozialen Netzwerken unterwegs, wenn sie jetzt schon ihr Handy in der Hand haben? Und, ähm, also zumindest, ja, also diese Gefahr ist bestimmt da. Das, was mir Studierende gesagt haben, ist, naja, also wir haben das Handy so oder so in der Hand und sind da irgendwie, ähm, eben auf unseren Kanälen unterwegs. Die Stelle, wo die Frage kommt in der Lehrveranstaltung, das ist die Stelle, wo wir jetzt eben irgendwie unseren Newsfeed zuklicken und, und, und uns dann mal mit der Frage beschäftigen oder mit dem Quiz. Ähm, ja, also muss man, glaube ich, abwägen. Risiko ist aus meiner Sicht irgendwie überschaubar. Und das, was man als Lehrperson nicht unterschätzen darf oder was sicherlich so eine Herausforderung ist, ist die Zeit, die man braucht. Also A, die Zeit, um sich so Quizze auszudenken, die in irgend so ein System rein zu pflegen und B, muss man natürlich auch Zeit in der Lehrveranstaltung reservieren, ähm, mit den Studierenden diese Quizze zu machen. Ähm, ich würde behaupten, der Aufwand ist es wert, aber man, man kann das natürlich auch irgendwie übertreiben, ja. Also die goldene Mitte liegt wie immer, oder, ja, die, die Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der goldenen Mitte. Ähm, das, was man auch vermeiden sollte, ist jetzt, alle Tools, die ich heute gezeigt habe, in einer Lehrveranstaltung zu nutzen, weil das wird die Leute garantiert überfahren. Da gibt es diesen schönen Begriff, ähm, des Tooligen dafür, wenn man eben zu viele Tools benutzt. Ich sage mal zwei, drei, ähm, das reicht auf jeden Fall hin, denke ich. So, was gibt es ansonsten noch so für denen, die jetzt abseits von so reinem Audience-Response-Quiz und Online-Sachen sind? Also, äh, ganz toll für die Präsenz und für so Übungstermine ist aus meiner Sicht diese Haiti-Methode. In der Schule heißt die auch Ich-Du-Wir oder, äh, so wie hier drüber steht, kennt man die auch als Think-Pair-Share. Ähm, ähm, und, also die Idee ist, das zu forcieren und das anzuleiten, was gute Studierende sowieso machen, nämlich Lerngruppen zu bilden. Also, man gibt, wie so in Ingenieurwissenschaftlichen Lehrvereinstellungen üblich Hausaufgaben auf. Die sollen die Studis erstmal versuchen, allein zu üben und dann sollen die sich außerhalb der Lehrvereinstellungen in ihrer jeweiligen Lerngruppe treffen, das diskutieren. Im Prinzip sowas wie einen Lerngruppenbrief schreiben, wo sie sagen, hier, wir haben uns mit dieser Aufgabe beschäftigt, das ist uns leichtmittel- oder schwergefallen. Wir haben das bis dahin gelöst oder auch nicht und irgendwie an der Stelle sind wir gescheitert. Und dann ist eben so der Idealfall, dass man in der Übungsstunde oder danach eben mit den Studis in der Präsenz nur noch das diskutiert, was, ähm, Probleme bereitet hat und über die Selbstverständlichkeiten eben hinweg geht. Ja, und versucht studentische Beiträge dabei eben möglichst gut zu integrieren. Das ist auch was, was wir jetzt so seit zehn Jahren machen, was, ähm, mal mehr, mal weniger gut, äh, funktioniert, aber doch im Allgemeinen, würde ich sagen, relativ nützlich ist. So, das ist was, was aus meiner, also das haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht, weil wir keine Präsenzleistungskontrollen mehr machen. Aber hier ist so ein bisschen die Idee, ähm, eine, in Anführungszeichen, Präsenzprüfung, ähm, laut Grund, aufgrund unserer Prüfungsordnung können wir das nicht wirklich in Prüfung einbinden. Deswegen haben wir das eben so für Zulassungsklausuren gemacht, also nicht nur eine individuelle Leistung von Studien zu bewerten, sondern auch eine Gruppenleistung. Und das heißt, wir haben nach der Individualphase einer Zulassungsprüfung den Leuten gesagt, okay, drei Minuten Pause und dann findet euch mal in eurer Lerngruppe zusammen, ja, und dann kriegt ihr nochmal ein Aufgabenblatt, äh, mit Fragen, die auch, ja, entweder so Multiple Choice, man soll etwas ordnen, man soll ja, nein beantworten, also was sich relativ schnell bewerten lässt, äh, und die so thematisch an das angegliedert sind, was die Studien vorher auch in der Individualphase bearbeitet haben. Und jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, also die Studierenden können sich und sollen sich natürlich jetzt über, darüber austauschen, was sie dafür richtig halten, aber die kriegen in ihrer Gruppe nur einen Zettel. Also die müssen sich auf eine gemeinsame Lösung einigen, das ist der entscheidende Punkt, ja, also die können nicht diskutieren und dann sagt die eine Person, oh, ich denke, das ist richtig und der andere sagt, das ist richtig, sondern die müssen im Prinzip fighten, äh, darum, was für eine Lösung am Ende auf diesem Lösungsblatt steht, weil sie als Gruppe nur ein Lösungsblatt abgeben dürfen. Ja, und das heißt, die müssen so eben genau dieses argumentieren, warum denke ich, dass meine Lösung richtig ist, warum denke ich, dass die andere Lösung falsch ist, ähm, was aus meiner Sicht eine total, total wichtige ingenieurwissenschaftliche Kompetenz ist, die wir sonst in Prüfungen überhaupt gar nicht abbilden, ja, also dieses, ähm, nicht nur ich kann es selber richtig rechnen, sondern ich kann wem anders auch diese Lösung verkaufen, ich kann die irgendwie argumentativ vertreten. Ähm, das ist im Prinzip das, was ich, ähm, bei dieser MATLAB-Expo vorgestellt habe, so ein schönes Konzept mit personalisierbaren Aufgaben und, ähm, anonymen Peer-Review, ähm, ziemlich kompliziertes Blockschaltbild, in dem das hier erklärt ist, aber die Studis registrieren sich bei uns in unserem Moodle, ich lade mir von denen eine Liste runter, füttere, füttere damit ein, ein MATLAB-Algorithmus, der generiert über LaTeX, ähm, praktisch personalisierte Aufgaben, also alle Studis kriegen schon die ähnliche Aufgabenstellung, aber ein anderes Diagramm oder ein anderes Schaltbild, die werden als PDF-Datei gespeichert, gehen per E-Mail an die Studis und ich kann auch die passende Musterlösung dazu generieren, die speichere ich erstmal in einem Ordner, ne, dann haben die Studis eine Woche Zeit, diese Aufgaben zu lösen, laden ihre Lösung wieder im Moodle hoch, ich lade mir die alle als, äh, eine ZIP-Datei runter oder mittlerweile mache ich das über ein anderes Plattformen, in einem Moodle, auf jeden Fall kriegt jeder Student, jede Studentin zwei Lösungen von anderen Studierenden zugeordnet und die passende Musterlösung dazu und eben die Bitte, das zu bewerten, zu korrigieren, zu kontrollieren, dafür haben die wieder eine Stunde, äh, eine Woche Zeit und laden das wieder in Moodle hoch und am Ende habe ich wieder einen Algorithmus, der zählt im Prinzip diese Punkte zusammen und die Studis kriegen ihre bewerteten Lösungen und die passende Musterlösung dazu zur Verfügung gestellt und, ja, die Punkte, äh, die zählen dann auch als Zulassungspunkte für die Prüfung werden in der Tabelle gespeichert. Ich meine, die Punkte sind mir am Ende im Prinzip vollkommen egal, ich will ja, dass die Studis sich mit den Inhalten beschäftigen, die Studis brauchen ganz offensichtlich diese Punkte als Motivator, also es wird auch sehr um diese Punkte diskutiert, ähm, und so dieser Lerneffekt, dass man sich Semester begleiten, tatsächlich schon mal ganz intensiv mit den Aufgaben beschäftigt, der wird, glaube ich, aus studentischer Sicht immer so ein bisschen ausgeblendet und was an diesem Konzept aus Studierendesicht mit Sicherheit auch charmant ist, ist, dass man mal so in Lösungen von anderen Studierenden reinschauen kann, ne, ähm, was hatten die, also die haben das ganz anders gerechnet oder die hatten genauso Schwierigkeiten wie ich, ähm, ist das trotzdem richtig, ist das trotzdem falsch, das ist aus studentischer Sicht, glaube ich, total wertvoll. So, und ein Konzept, was wir auch noch so haben, ist ein, ähm, ja, also Lego Praktikum ist so der liebevolle Working Title, offiziell heißt das Projektseminar Elektrotechnik Informationstechnik, in Klammern Lego Mindstorms und eigentlich wollen wir da unseren Studierenden programmieren beibringen. Jetzt könnte man mit den Studis so einen ganz normalen Programmierkurs machen, ja, über eine Woche, über zwei Wochen und sagt, okay, Montag machen wir irgendwie, äh, Datentypen und Dienstag machen wir Schleifen und Mittwoch machen wir Funktionen und dann spätestens Donnerstag sind alle irgendwie schon eingeschlafen und, ähm, das, was wir stattdessen machen, ist, also die Studis kriegen so eine super, super Kurzeinführung in ungefähr, wie geht diese Programmiersprache und dann kriegen sie ein Kasten Lego mit so Motoren in Sensoren und kriegen eine super Kurzeinführung in, so kannst du so einen Motor ansteuern, so kannst du dir Daten von einem Sensor holen und dann sollen sie sich in kleinen Gruppen irgendwie irgendwas ausdenken, irgendeine Maschine, irgendeinen Roboter, irgendein Gadget, was der eine mehr oder weniger sinnvolle Aufgabe erfüllt und sollen den eben bauen und programmieren und beim Programmieren stellen sie dann fest, oh, wir machen jetzt immer wieder das Gleiche, vielleicht wäre es nicht schlecht, das in eine Schleife zu packen, oh, wir müssen hier irgendwann mal die Funktionalität abstrahieren, vielleicht wäre das nicht schlecht, das in eine Funktion zu packen und lernen dann so learning by doing nebenbei diese ganzen netten Programmierkonzepte und sind auf jeden Fall über ihre selbst gewählte Projektaufgabe super, super motiviert bei der Sache und da kommen auch immer wieder ganz tolle Projektideen raus, also hier haben wir Leute einen Pfandflaschenautomat gebaut, der dann irgendwie über eine Kamera noch die Barcodes erkennt von den Flaschen und hier ein Roboter, gegen den man so ein Farbspiel spielen kann, ein Roboter, der Xylophon spielt, in der Corona-Zeit haben wir Leute einen Bewässerungsroboter für ihre Fensterbank zu Hause gebaut, lauter so Sachen. Gibt es auch ein kurzes Video, in dem ich das noch ein bisschen weiter erkläre. So, und damit kommen wir zum letzten Abschnitt. Was sagen die Studis dazu? Ich habe hier mal ein paar Evaluationsergebnisse hingepackt und zu der Frage, was ist besonders gut an der Vorlesung, sieht man, es ist jetzt auch schon ein paar Semester her, aber da kamen ganz oft Quizfragen, Live-Quiz, Live-Quiz. Die Beispiele mit der Online-Abstimmung, ja, es macht die Vorlesung interessanter und witziger und hilft beim Verständnis. Die Fragen sind besonders auflockernd und sowas regt zum Mitdenken an. Also es ist auf jeden Fall was, was bei den Studis immer wieder positiv hervorgerufen wird. So, und damit bin ich am Ende und denke, wir hätten jetzt noch Zeit, das bestimmt ganz gern ein bisschen noch zu diskutieren.